Ja, und liebe Freunde, gerade in Leipzig angekommen. Das heißt, gerade vor ein paar Stunden, wir waren beim Inder, heute schön essen. Haben oft, sind extra einen Tag früher losgefahren und wir sehen uns morgen irgendwo anders. Tschüss! Und so guck so bruseli und so klopp. So, die Kamera ist gerade runtergefahren. Wir wechseln ins das Hotel hier vom Ibis to Marriott auf Luz, Leipzig. So, endlich angekommen im Marriott Hotel Leipzig, wo wir jetzt auch die nächsten Tage bleiben werden. Bis später. Ja, wir machen gerade Soundcheck hier, morgens bei Star of Luz. So, und jetzt essen wir jedes Jahr. Ente! Bingrow is not Soundcheck, sind das? Halbe Stunde vor der Show. Jetzt Bingrow is in echt und live. Ganz kurz bleiben, nur. Ja, und jetzt geht's auf die Bühne, nicht wahr? Jetzt ist auf die Bühne. Bis gleich. Ja, Video-Tagebuch, jetzt Konzert gleich vorbei. Konzert gleich vorbei und wir haben noch ein bisschen Spaß. Jetzt ist Konzi vorbei. Bis später. Ein Mojito-Absacker. Mein Block. Was heißt denn dein Block? Meine Kamera, mein Mojito, meine Cola, mein Block. Prost. Absacker. Tschüss. So, und noch frisch geduscht hier, noch schön Stüllecken geschmiert. Ne, mit gesund auch drauf und noch hier, steb langsam. Drei. Und dann, äh, wir sehen uns, äh, morgen beim... Frühstück. Guten Morgen, Freckel. Morgen. Auf Luz. Und auch gesund. So, ich habe mir ein neues Buch gekauft und lese jetzt. Bis zur Show sind es noch gut drei Stunden. Danach wird gegessen. Heute gibt es Höhner-Frikassee. Wir trinken Sekt von der Show, immer. Ein bisschen Sekt, wegen der Tradition. Okay, hoch, hoch, hoch. Prost. Prost. Wo ist es abgestanden? Prost. Prost. Also, oh. Jetzt nur nichts falsch machen, bei diesem, bei mir war ich. So, nun geht es wieder auf die Bühne. Man erkennt mich bestimmt nicht. So ist ein neuer Abenteuer, meine Damen. Ich spiele jetzt ein bisschen das auf Luz. Schmerz! Nein. Nein. Ich spiele jetzt auf Luz, 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 Luz. Ja, das war der Gig jetzt. Zugabe ist vorbei und verabschiede mich soweit. Bis bald. Und auch am Abend zwei trinken wir ein Mojito von Sigi. Prost. Tschüsschen. Das ist kein Mojito. Was ist das denn? Das ist ein Cabirinha. Das ist ein Cabirinha doch. Ja, wie immer, Cabirinha. Äh, was für ein Fauxpas. Tschüss, Cass. So, wir gehen nach Hause zum Hotel. Wir hatten zum Glück die Kamera gerade aus. Wir waren nämlich noch kurz unter Leuten, was sehr nett war. Und jetzt gehen wir nach Hause zum Hotel. Und, äh, sie bandt höher bei der Schneemähe. Boah, geil. Wie ist das denn jetzt? Okay. Du weißt doch, wähle 533 auf dem Telefon. Also, ich vermute, dass es nicht Osama Bin Laden sein muss. Es ist, ähm, es ist supposed to be Osama Bin Laden, da. Und, guck auf mich, ich habe hier, ähm, Pyjama. Scheiße! Fett. Fettig. Frühstück. So, Leute, ein letztes Mal geht es jetzt in die Heiligenhallen der Moritz-Pastei. Ich stehe vor dem MDR-Gebäude, da. Und, äh, ja, dann ist doch schon wieder rum, die Dreifacher Leipzig. Nicht wahr? Bis später. So, der letzte Abend, es geht auf die Bühne. Ich sag mal Hallo. Und ich spiele noch ein letztes Konzert hier. Und heute ist groß. Der letzte Abend, wir haben Spaß. Und bis später. Das war's aus Leipzig, liebe Freunde. Und noch mal voll ins Schluck. So, wie immer ein Mojito, der keiner ist, sondern ein Kalpirinja zum Abschied. Das war's, drei Tage Leipzig. Ähm, ich meld mich nicht vom Frühstück, sondern vielleicht morgen aus der Ausfülle, also. Noch mal hier, schön gemütliches Besammensein in, äh, Pinte von der Moritz-Pastei. Alle am Start, Riesen-Partys, äh, unten im, äh, Gewölbekeller, und dann gehe ich dann gleich noch zu DJ Dirk. Ja, noch kurz auf der Atmosphäre, ich hab hier auch schon mal aufgelegt, und ich verabschiede mich jetzt zu allen Klassiker-Prodigy und wir sehen uns, äh, im nächsten Jahr. Ja, ich hab die Tomaten mit nem, äh, Buttermesser geschnibbelt. Und, äh, wie immer hier, schöner Absacker, auf Loosch, ne, ich war, hab ich mir eingesteckt. Und, äh, mich kotzt an, dass ich hier die Fernbedienung nicht mehr wieder finde, also kein Fernseher läuft, was mich irgendwie irritiert. Okay, der Tradition verpflichtet, noch ein letzter Absacker bei Tött. DJ Kabul. Und, äh, da ist der auch schon. So wie, wie, so wie wir ihn gefordert haben. DJ Kabul am Stahl. Und das Rest, der Rest ist indiziert. So, what? Ja, so, aber jetzt finales Abschlussstatement, wie immer, also was ich euch noch vorenthalten habe, ist ja, dass Tött und ich eigentlich immer gemeinsam abstürzen. Hier auf Loosch. Und, äh, das haben wir in den letzten zwei Tagen nicht gemacht, weil wir auch schon älter sind. Nicht wahr? Nur comment von Töttzeit. Nur comment. DJ Kabul hat in dem Moment dazu nichts zu sagen. Aber ich gebe ihm recht, ohne weiteres. Vielen Dank. Ich wünsche meinen, ich wünsche allen Blocksportlern, nur Blocksport, hab ich gesagt. Blocksportler! Gut, dir alle Blocksportler! Guten Rutsch wünsche ich! Guten Rutsch! Guten Rutsch! Und tschö, viel Spaß dabei! Tschö, tschö! Tschö, 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 tschö. Vielen Dank.